Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft Dragon Escape mit dem Brammen und mir, dem Peter. Und Brammen ist vorhin schon aufgefallen, dass wir schon ewig nichts mehr zu zweit gemacht haben. Was voll krass ist, wenn man darüber nachdenkt, wie viel wir damals zu zweit gespielt haben. Ich bin tot. Ernsthaft? Ja. Voll krass. Bei mir laufen hier nur Arken extra rum. Ach, ist ja crazy. Ich sehe gerade tatsächlich nicht allzu viel. Peter! Komm schon, Peter, rüber! Nein, Peter! Neue Runde! Und du Spaß, die gehen mir hier alle um den Keks, die Huren, so. Peter! Komm hoch, hoch, hoch. Du kennst dich überhaupt auswendig. Nein! Nice. Kennst du die Maps auswendig? Habt ihr eigentlich immer noch keine neuen Maps hier, die Huren oder was? Wir haben schon so ewig nicht mehr gespielt. Ja, vielleicht ist das aber Zufall. Ich meine, warum sollten die die alten rausschmeißen, ne? Ja, das ist auch wieder wahr. Das ist auch wieder wahr. Also, vielleicht gibt es den Map Pool noch. Ich meine, manche... Lord, ist der ernsthaft durch den Fall gestorben. Was ist denn das für ein Bobby gewesen? So, wer macht denn das hier? Der Hobbit oder was? Ja, der kleine Hobbit macht das. Der kleine Hobbit. Der hat auch ein großes Haar auf seinem Rücken stehen. Das steht bestimmt für Hitler. Wer ist tot? Wer ist tot? Wer ist tot? Irgendwo lebt noch die Wundertüte? Die Wundertüte? Der Hobbit lebt doch. Da. Der Hobbit. Der Hobbit. Der Hobbit. Ach, dafür muss man ein Achievements unlocken. Mach sie mal an. Was sich hier alles so getan hat in der Zeit, nicht wahr? Ich vermisse ein bisschen das Rumgespringe, ehrlich gesagt. Oh, das ist ne neue Map. So lange nicht mehr in Minecraft durch die Gegend gejumpt, ey. Ja, das ist schon ein bisschen länger her, das stimmt. Oh, darum geht's. Alles klar. Erstmal voll den falschen Weg gelaufen, sagst du? Oh, ja. Aber lübt noch. Wo sind denn hier die geilen Abkürzungen? Oh, oh nein, nein, nein! Ich bin down. Lebst du noch? Lübt noch. Ja. Wo ist Bram? Da ist Bram. Okay, ich guck dir zu. Okay, ich guck deine Axt zu. Wie sie... Da springt die Axt. Oh Gott, was haben die Äxte vor? Ich glaube, sie sind auf der Luft vor dem Schmied. Jetzt seh' ich dich richtig. Das ist ja strange. Jetzt, jetzt lag. Oh mein Gott! Oh, Bram kämpft, Alter. Vorhin den Haken abgenommen, hast du gesehen? Ja, du hast echt... Oh, lol. Die sterben um dich rum, Bram. Ich hoffe, das bringt dich nicht... Ich glaube, du führst gerade. Da bist der Führer-Gard. Auf! Komm schon! Oh! An deinem Wasser kriegst du mega harten Damage. Ja, das war schon immer so. Das hab' ich voll bedacht. Aber ich war ja gar nicht so scheiße. Ich war Dritter. Nee, warst du auch nicht. Du warst echt nicht scheiße. Aber ich guck mir jetzt hier mal die Map an, falls die noch mal reinkommt. Weil die ist ja neu. Ich weiß noch, wo die lang geht. Ja, richtig. Mal erstmal in Feuer reinlaufen. Wart'n Vollidiot, ey. Was haben wir denn noch? Oh! Lang die Map, Alter. Leck mich am Arsch. Ja, die geht echt ganz schön lang. Die geht jetzt hier noch komplett drüber einmal. Und dann hier hoch. Holy moly, ey. Oh mein Gott. Was gab's hier eigentlich noch? Warper-Kit. Gab's Warper-Kit auch schon für immer und ewig? Warper-Kit ist doch das, wenn du natürlich zum nächsten vor dir teleportierst, oder nicht? Ernsthaft? Okay. Ich probier das nochmal aus hier. Right-click and warper. Leaper. Zwei Charges. Okay. Aber ich hab auch ne Ender-Perle jetzt. Oh, das ist auch ne neue Map. Ja. Wo ist denn der Wache? Da. Oh, oh, oh! Alter, ich hab mich tatsächlich gerade mit der Ender-Perle gerettet. Leck mich am Arsch. Was für Reflections, ey. Reflections? Ja, ich weiß, dass das ergibt keinen Sinn. Nice. Und weiter. Und eine Abkürzung direkt genommen. Boah, ich bin Profi. Hat dann vorbeigesprungen. Lebst du noch, Bram? Ja, bitte bist der Drachon. Oh, da ist jemand in Wasser gefallen. Da ist irgendein Noob in Wasser gefallen. Oh Gott! Nein, wie unfair! Oh, wie gemein. Ich bin rausgeflogen. Wo ist Bram? Oh, oh, oh. Da. Den haben wir voll den Stress gemacht, Alter. Den will ich die ganze Zeit am Arsch. Boah, der hängt ja auch echt hart im Arsch. Schon wieder Mr. Phoenix. Ist das Mr. Phoenix? Ja, kann das schon. Den sehe ich als, äh... Den sehe ich als... Tüter. ...fairen Gegner an. Oh, hier lebt immer noch einer Wundertüte. Vielleicht war da sogar ein Schieder. Du hast eine Wundertüte in der Hand. Ja. Oder in der Hose. Ne, in meiner Hose nicht. In meiner Hose gibt es keine Überraschung. Ne, deine Hose ist die Wundertüte. Da drin ist dann... Aber ich bin in der Hose... Ja, selber. Bodenständig. Boah. Gerade voll die TS-Lags, ey. Mit meinem Dreibein, ey. Ich habe nur Dreibein verstanden. Ja, da brauchen alle wichtige Informationen. Ah, ist klar. Peter, nicht in Form? Pfuh. Ah, Pfuh ist verboten? Ah, wie gemein. Jetzt schreibe ich mal... Äh... Neue Maps. Pfuh, also elf Leerzeichen U ist auch verboten. Problem. Ich rede wie doof. Hahaha. Erstmal als Vollidiot hinstellen. Dann denken die vielleicht, ich wäre ein Faker. Ich nix wissen, weil geil. Genau. Quifre. Quifre, Junge. Quifre. Quifre, Alter. So, jetzt kommt eine geile Fick-Map. Ah, jetzt habe ich den Warper nicht ausgemailt. Ah, die Map kennen wir doch schon, oder? Warte mal, warte mal. Wo geht's denn hier hin? Ne, Moment. Kennen wir nicht. Ist die neu? Starte ich aber nur einfach. Ne, wir starten einfach nur anders, oder? Ja, wir sind voll weit hinten gestartet. Das war die Problematik. Weißt du, wie die benutzen jetzt schon ihre Axt? Ey, was sind das denn für Lulabies? Ja, das sind echt kleine Sturis. Die Axt wird erst gleich benutzt. Und zwar... Genau... Hier! Oh, yeah, Baby. Ah, scheiße. Weiter, go, go. So. Ha! Jawohl, nicht jetzt wieder ins Loch fallen. Das wäre peinlich. Das wollen wir nicht. Ne, hier rum geht nicht. Bram, wo bist du gerade? Hinter dir, zwei Meter. Okay, drei Meter. Wir machen das jetzt, Bro. Wir machen das jetzt. Aber du hinter mir vor allen Dingen. Was ist jetzt passiert? Oh, ich bin mit Feuer gelaufen. Scheiße. Ja, ich auch. Ich bin gestorben. Scheiße. Fuck dich hin. Ich habe voll die Lecks. Ja, du hast auch im TS mega die Leggerinos. Jetzt geh... Steh mir doch nicht im Weg, du Hurenkind, ey. Ich bin schneller als du. Lass mich da durch. Boah, macht Bram gerade einen Abgang oder sagt er einfach nichts, weil der leckt? Nein! Nein! Ja, ich glaube, ich mache gerade einen Abgang oder vielleicht nicht. Nein, gerade ist es wieder gut. Gerade ist es wieder safe. Alles easy, my friend. Ich bin fetter geworden. Mr. Phoenix ist schon am Ende gewesen. Was ist eigentlich mit deinem Map, die wir auch kennen? Die kam doch gar nicht. Ja, stimmt. Die über den Wolken war. War die über den Wolken? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall war die sehr grün. Was haben die hier eigentlich alles verändert? You found 19 Flash Hooks? Ja. Ich weiß aber nicht, was man damit machen kann. Fleischhaken? Ich weiß schon, was man Fleischhaken machen kann. Nein. Schiebst du dir alle 19 rein? Dann schieb ich mir alle 19 rein. Ja, genau. Und zwar in meinen Mund. Eigentlich sollte da hinten doch mal was entstehen. In dem kleinen Häuschen. Da stand immer an der Construction irgendwie so ein Ding, dass man springen konnte und so. Also jetzt haben sie es dir einfach zugemacht, die Huren oder was? Ja. Also stecken Zeit und so was rein, dass hier so ein Olaf gebaut wird da hinten. Stattdessen hier so ein Parcours. Wäre doch viel geiler. Lol, den habe ich jetzt erst gesehen. Den Olaf? Ja. Jay wusste gar nicht, was Olaf ist. Jay ist auch ein Bob. Hat Jay etwa Frozen nicht gesehen? Ich hoffe doch, weil Frozen ist ganz schön gut. Ja. Fand ich. Wir sind bald 30 und gucken auf Disney Filme. Ja, ist so. Ah, hier kommt doch die grüne Map. Wunderbar. Zwei, eins und go. Oh, das war verkackt. Boah, wie kann man so dumm sein, den Sprung zu verkacken? Jetzt habe ich wieder die ganzen Fotzen vor mir. Und den Sprung muss ich jetzt schaffen. Ah, fuck. Boah, ich höre den Dragon, Alter, hinter mir so krass. Irgendwo war denn nochmal hier die Abkürzung? Die war hier irgendwo. Hier vom... Genau, von hier aus. Ja, richtig. Lol! Was ist los mit LOL? Alles gut, alles gut, alles gut. Nein! Was ist los bei dir, Bram? Ist alles cool? Ist alles easy? Alles easy, alles cool. Mein Charge hat nur vorher nicht richtig funktioniert. Deswegen habe ich LOL geschrieben. Wie so ein Vollbongo. Und schön weiter. Go, go. Fuck. Jetzt kommen die Eisdinger. Da habe ich immer viel verkackt. Muss ich leider zugeben. Ja, die Eisdinger fand ich auch immer sehr schwer. Oh, zum Beispiel jetzt. Und der Scheiß, der jetzt danach kommt. So, was kann ich jetzt eigentlich mit der Enderpeule machen? Will ich jetzt erstmal ausprobieren. Leute, ich fall jetzt... Ich... Wow. Ich habe mich zu einem teleportiert, der nach unten gefallen ist. Oh, Bram, hinter dir. Oh Gott, der Drache. Bram! Ich war ein bisschen langsam. Ne, du warst aber wirklich ein bisschen langsam. Ich habe es halt bei dem Eis richtig hart verkackt einfach. Ah, okay. Ja, gut, das kann natürlich sein. Also die Enderperle ist echt so ein Ding, damit kannst du voll auf die Nase fliegen. Weil wenn ich zu einem teleportierst, du gerade einen Abgang mache, dann hast du ein Problem. Oder generell in der Luft, ne? Oder generell in der Luft. So sieht das aus. Komm, einen können wir noch hier. Ich nehme den Warper trotzdem hier. Whatever. Einen Komma... Ach komm, ich nehme den jetzt auch. Ich will jetzt auch mal den Warper. Aber wie gesagt, der ist gefährlich. Ja, aber ich... Echt nur so... Am besten den nur benutzen, wenn du sowieso runterfällst. Aber ich stehe auf die Gefahr. Du stehst... Deine Gefahr ist dein zweiter Vorname, wa? Auf jeden Fall. Ich heiße nämlich Gefahr Dennis. Ne, Moment, da wird er ja mein Erster. Wow. Ich bin immer noch vom Wochenende ein bisschen broken. Ja, kann ich nachvollziehen. Das Video war schön. Ich habe das erst auf deiner Facebookseite gesehen. Da habe ich mir gedacht so, ey, what the fuck? Woher kommt das Video? Und dann habe ich gesehen, oh, wir haben eine Mails gekriegt. Und da sind auch ganz viele Fotos bei. Dann habe ich mir erst mal mein Twitter-Profile gearbeitet. Ja, das muss ich auch noch machen. Aber ich wollte als allererst das Video hochladen. Dann war ich nämlich die Erste. Dann konnte ich richtig geil Likes und Klicks absnacken. Na echt mal, du Sau. Vier, drei, zwei, drei. Wait, what? Eins, go. Vier, drei, zwei, drei. Moment. Die G-Map habe ich glaube ich schon mal gespielt. Die fand ich immer mega schwierig. Warum hast du jetzt den Iron Axe und den Warper? Ja, du hast beides. Das ist das Geile an der Sache. Aber ich glaube, du hast mit der Iron Axe weniger Charges. Aber das ist jetzt auch nur so ein... Oh oh. Ich dachte, man hat einfach nur Cooldown. Oh oh. Ähm, Problem. Ja, fuck ey. Jetzt habe ich den Warper wieder benutzt und bin deswegen gestorben. Nein, ich lebe noch. Wuh! Hopp. Läuft! Oh scheiße, wie komme ich denn jetzt da hin? Läuft immer noch alles. Läuft. Nein! Läuft gar nicht. Nein! Läuft einfach richtig hart. Oh, das war jetzt... Oh, Bram, Bram. Der ist ganz nah bei dir. Holy shit, der ist direkt neben... Alles klar, der hat dich gefickt, glaube ich. Oder? Wo bist du? Nee, der hat mich nicht gefickt. Ich lebe noch. Ich lebe noch! Jetzt nicht mehr! Ja, das ist... Jetzt hat er dich gefickt. Leute, du hast echt nur gelebt. Krass, ey. Ja, ich habe halt die Enderperle genommen, Alter. Ah! Das war natürlich... Das ist sneaky. Das Problem ist, der nächste vor mir stand so drei Meter vor mir. Ja, wo sind die alle schon? Alter, da hinten läuft schon einer. Guck mal, der Hobbit ist wieder. Guck mal, wie er rennt, Alter. Ich wusste gar nicht, der Foto so schnell ist. Oh, da hat er verkackt. Da hat der Hobbit aber richtig hart verkackt. Da haben die ihm die Haare auf den Füßen auch nichts gebracht. Oh, er lebt noch! Ja, aber jetzt ist der andere vorne. Jetzt ist Gishmon vorne. Ja, Gishmon läuft und macht das. Alter, was für ein Duell! Oh, Hobbit! Oh, Hobbit! Du Noob! Jetzt kann er sich Zeit lassen. Jetzt kann er sich Zeit lassen. Er macht das. Er macht das wirklich. Nice one, Gishmon. Nice one. Nee, der heißt Gishmon. Nicht Gishmon. Sorry, mein Freund. Nee, du guckst. Es tut mir leid. Ja, Alter, war wieder ein schöner Blast from the past, ey. Haben wir hier noch ewig nicht mehr gespielt. Und auch ewig nicht mehr mit dir. War schön, Brahminator. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen, liebe Zuschauer. Ihr könnt es uns wissen lassen. Wie auch immer, wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Frohe Weihnachten. Doh. Schau.